Wir sind der VfK Berlin, wir kommen aus Charlottenburg und wir spielen Fausball in der ersten Bundesliga. Der VfK aus Berlin Charlottenburg, ein Team, das zusammenhält in Sport und Freizeit. Das Besondere an unserer Mannschaft ist, dass es ein sehr familiärer Sport ist, dass wir eine super Truppe zusammen sind, dass wir sehr häufig unterwegs sind miteinander, im Grunde fast jedes Wochenende miteinander zu tun haben und da der Zusammenhalt bei allen sehr groß ist. Der Zusammenhalt der Spieler ist nicht nur schön anzuschauen, sondern auch wichtig für Meisterschaften. Im letzten Jahr haben wir unter anderem am Europapokal teilgenommen, also der Europapokal der Landesmeister. Dort treffen sich die besten vier Teams aus Europa und spielen um die europäische Krone und da konnten wir immerhin Vizemeister werden. Wir sind eine sehr familiäre Truppe, wir stecken alle unser Herzblut in den Sport. Wenn auch Sie der Meinung sind, dass der VfK Berlin den Amateursportpreis verdient hat, dann stimmen Sie jetzt ab für die Faustballer. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020